Die Preissauer Autohäuser Die Preissauer Autohäuser Die Preissauer Autohäuser Preissach Video und Tour Heute, am Samstag, dem 23.04.2016, begrüße ich Sie vom Preissacher Marktplatz. Gerade hat die Eröffnung der Autoshow begonnen und des verkaufsoffenen Wochenendes unter dem Motto Preissacher Frühlingskribbeln. Look and Feel, Schauen und Erleben, Frühjahr 2016. Nach dem Sektumtrunk wird ein Rundgang stattfinden durch die Rheinstraße, die dieses Jahr durch weitere Verpflegungsstände bis zum Neutauplatz durch die Gastronomie Gläsle erweitert wurde. Neu ist ein anderes Autohaus dabei, Autohaus Mertin, das sicherlich zu einer Bereicherung des Angebotes beitragen wird. Das Programm ist sehr vielfältig und beinhaltet natürlich die allseits beliebte Modenschau am Sonntag um 15 Uhr. Das ist so, dass ich für Sie. Ich bin froh. Musik 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 Tag 2 der Preiserer Autoschau und des Frühlingsfestes unter dem Motto Frühlingskribbeln hat sich das Wetter doch grundlegend geändert. Wir, die Preiserer, sind sehr froh, dass die Sonne geschienen hat, dass es trocken geblieben ist, sodass die Modenschau pünktlich über die Bühne gehen konnte, dass die Autohändler noch ihre Kunden erreichen konnten, dass eine große Resonanz da war. Die Parkplätze rund um Preiserer sind voll belegt. Es ist fast kein Durchkommen mehr. Ganz toll für Preiserer, für die Autoshow und für das Frühlingskribbeln. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, an diesem Frühlingswochenende die Autoshow zu besuchen und auch in Preiserer es auszunutzen, dass die Geschäfte am Samstag länger geöffnet hatten und am Sonntag. Es lässt sich sagen, zusammenfassend, es war ein schönes Wochenende. Es war ein Erfolg für die Preiserer Geschäfte, für die Preiserer Autohändler. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf das nächste Event. Wir von Preiserer Video verabschieden uns. Tschüss von Sabine und Maik. Vielen Dank.